Flughafen Dortmund. Benjamin Uffmann und sein Vater auf dem Weg zum Check-In. In zwei Stunden geht der Flug nach Kiew. In der Ukraine geht Benjamin Uffmann auf Brautschau. Da ist er ja schon, 19.15 Uhr. Ja, perfekt. Aber sieh mal zu, dass du da so ein vernünftiges Mädchen kennenlernst. Wenn das so ans Heiraten geht, dann wird das natürlich der wird teurer. Ja, müssen wir mal gucken. Ja, da musst du dir den Kredit aufnehmen oder sowas. Nein, dann helfe ich dir schon. Schauen wir mal. Dann sind die wieder alles guter. Und dann siehst du, dass du gesund wiederkommst. Jo, danke. Alles klar? Ja. Tschüss. Ciao. Ja, es geht nach Kiew. Und zwar, ich bin dort auf der Suche nach einer zukünftigen Freundin und vielleicht auch späteren Frau für mich. Weil ich hier in Deutschland leider keine Möglichkeit sehe, auf normalem Wege eine Frau zu finden. Und da will ich mal schauen, wie denn dort die Möglichkeiten sind. Ich denke mal, sehr gut. Ist das realistisch, dass du eine Frau auch im Ausland findet jetzt? Nach meiner Meinung ja. Weil hier in Germany, also hier in Old Germany, also da ist, das ist nichts für ihn. Da, da, die stellen so hohe Ansprüche, die kommen da nicht mit klar, nicht mit ihm, nicht wahr? Weil er ist nun mal ein bisschen anders als die meisten und das geht nicht. Benjamin Uffmann aus Bielefeld. Der ist 34 Jahre alt und Single. Schon lange sucht er eine Freundin, doch dabei stellt er sich nicht besonders geschickt an. Hallo, ich habe mal eine Frage. Habt ihr vielleicht mal Bock auf ein Treffen mit mir nächste Woche oder so? Nee, glaube ich nicht. Na, schade. Hallo, ich habe mal eine Frage. Hast du vielleicht mal Lust, nächste Woche um hier was trinken zu gehen und zu essen? Nee, super leid. Okay, schade. Hätte ja sein können. Ich habe mir schon über 2000 Absagen geholt. Und weil das dann halt nie klappt, so. Ich gehe dann halt direkt hin, frage die, ob ihr was trinken wollt oder ob sie einen Freund haben oder ob sie Lust auf ein Treffen haben. Und jedes Mal sagen die dann nein. Benjamin hat ein Problem. Er leidet unter dem Asperger-Syndrom, einer speziellen Form von Autismus. Daher kann er Gesichtsausdrücke nicht deuten. Das Hauptproblem geht ja schon los bei dem Ansprechen der Frauen. Das heißt, ich kann mich nur direkt ausdrücken, das was ich will. Das heißt, keine Spielchen spielen, keine Ungarn-Formen irgendwie oder Balz zu verhalten. Ich kann da nicht großartig viel an den Gesichtsträgungen erkennen. Also praktisch so gut wie gar nichts. Und ich habe auch sehr viele extreme Schwierigkeiten, mich in andere Leute hineinzuversetzen. Und daher kommt für die Frauen das wohl irgendwie falsch rüber mit dem Ansprechen. Mit 34 Jahren wohnt Benjamin noch immer zu Hause bei seinem Vater. Seine Mutter hat die Familie verlassen. Seit sieben Jahren hat Benjamin keinen Kontakt mehr zu ihr. Reinhard Uffmann macht sich Sorgen um die Zukunft seines Sohnes. Ich werde ja auch älter. Ich bin ja 30 Jahre älter als er. Wenn ich mal nicht mehr da bin, dann muss er ja auf eigenen Füßen stehen. Das dauert ja nicht mehr allzu lange. In seiner Familie gilt Benjamin von klein auf als schräger Vogel. Doch er wird akzeptiert. In der Schule hat man weniger Verständnis für die Eigenarten des Jungen. Er wird gehänselt und ausgegrenzt. Für mich wollte also quasi eigentlich keiner großartig in der Gruppe so dabei haben. Ich konnte mich halt auch nie in die Klassengemeinschaft integrieren. Ja, die haben mich dann quasi, oh, der Idiot kommt gerade wieder an oder so. So was, dass sie dann was zu einem sagen. Oder mich dann meiden, weil die denken, ich wäre irgendwie total behindert und sowas. Und das ist wirklich nicht schön. Kaugummi in den Haaren gespuckt, das ist auch vorgekommen. Das war zwar nach der Schulter, das haben aber auch schon Mädchen gemacht, um mich zu ärgern. Und Scherzanrufe nachts mit Gestöhne, das ist alles schon so weit vorgekommen. In seiner Kindheit entdeckt Benjamin seine Leidenschaft für die Musik. Sie hat bis heute gehalten. Erst vor zwei Jahren wurde Benjamins Eigenart als Asperger-Syndrom diagnostiziert. Eine angeborene Wahrnehmungsstörung, die man nicht heilen kann. Benjamin ist inzwischen Frührentner. Auf dem Arbeitsmarkt hat er keine Chance. Er ist weder stressresistent noch teamfähig. Seit der Diagnose weiß er aber endlich, warum er anders ist als andere. Es war eine Erleichterung auf jeden Fall. Und ich muss es, ob kurz oder lang, halt akzeptieren, meine Andersartigkeit. Ich muss guten Freunden das erklären, was ich habe, welches Problem und so. Entweder sie nehmen mich oder akzeptieren mich, wie ich bin. Oder sie lassen es sein. Der Autist lebt mit Mitte 30 noch wie ein kleiner Junge. In seinem Zimmer scheint die Zeit stehen geblieben zu sein. Typisch für Menschen mit dieser Entwicklungsstörung, alles muss ganz genau an seinem Platz sein. Das sind meine Kakao-Dosen, wo draufgeschrieben ist, was da drin ist. Dass ich dann immer meine Sachen, wenn ich die mal brauche, wie Handyladegeräte und HG. HG heißt Handgurke, das ist so ein CB-Funkgerät. Das brauche ich heutzutage fast gar nicht mehr. Aber ab und zu probiere ich es nochmal und höre, ob da Leute drauf sind. Da sind dafür die Zubehörsachen drin. Und das ist für mich schon sehr wichtig, dass ich in dem Endeffekt alles strukturiert habe und weiß, wo das ist. Weil es kann nämlich passieren, wenn ich mal irgendwas nicht finde und ich muss schnell weg, dass ich dann eine Panikattacke kriege. Benjamin hatte noch nie eine Freundin. Doch der Bielefelder sehnt sich nach einer Frau, die ihn so nimmt, wie er ist. Mit Intimität hat er so gut wie keine Erfahrung. Wünschst du dir Sex? Ja, die Frau muss mir auf jeden Fall zeigen, wie das geht. Ich weiß nicht, wie man das intuitiv durchführt, denke ich mal, weil das dann doch schon ziemlich schwierig ist. Weil auch gerade da kommt es sehr viel auf Empathieempfinden an. Dass der eine fühlt und empfindet, was der andere denkt. Und ich kann mich ja schwer in Leute hineinversetzen. Und aufgrund dessen denke ich mal schon, dass die Frau mir dann auch zeigen muss oder sagen muss direkt, wie sie es haben will und was sie haben will. Kiew, Hauptstadt der Ukraine. Schöne Frauen, wohin man sieht. Hier will Benjamin Uffmann endlich die Liebe seines Lebens finden. Dafür investiert er 2000 Euro in eine Partnervermittlung. Viel Geld für einen Frührentner. Ich habe mir das mühsam selber zusammengespart. Und ich hoffe auch, dass dieser Weg dann auch endlich mal den Erfolg bringt, den ich mir erhoffe. Weil ich bin schon seit Ewigkeiten auf der Suche nach einer Partnerin. Was wissen Sie denn so über ukrainische Frauen? Sie sollen sehr herzlich sein, nett sein, treu, fürsorglich und suchen halt einen netten Mann. Und was können Sie so einer Frau bieten? Auch ebenfalls Treue, Zuverlässigkeit, Loyalität. Ich werde der Frau helfen in jeglichen bürokratischen Sachen. Ich werde immer für die Frau da sein, wenn sie mal eine Hilfe braucht. Sie kann sich schon auf einen lieben und einen netten Partner freuen. Benjamin Uffmann kennt die Partnervermittlerin bis jetzt nur vom Telefon. Gleich treffe ich mich mit der Natalia. Das ist die Partnervermittlerin aus Essen. Und gleich bekomme ich dann drei Dates von ihr organisiert. Und da freue ich mich auch schon drauf. Und ich habe von ihr bisher nur gute Sachen gehört. Ah, hallo Natalia. Schön, dich zu treffen. Benjamin, schön, dass du da bist. Ja, freut mich auch. Schön, guck mal da. Da können wir jetzt was aussuchen, wo wir uns hinsetzen. Die gebürtige Ukrainerin, die in Essen lebt, hat für den 34-Jährigen eine Vorauswahl getroffen. Wir haben drei Termine. Die Elena, das ist eine ganz nette, freundliche Frau. Sehr intelligente, sehr feinfühlige Frau. Und hast du den Frauen auch über meine Krankheit erzählt, über das Asperger-Syndrom? Ja, ich habe mit jeder Frau gesprochen. Ich habe das erzählt und ich war sehr überrascht. Das war eigentlich für viele Frauen nichts Neues. Die kannten sich mit dem Thema aus. Natalia Pastukova ist seit zehn Jahren erfolgreich im Geschäft. Einen Mann mit Behinderung hat sie noch nie vermittelt. Es ist schwierig einzuschätzen, wie es weiterentwickeln wird. Aber ich habe bis jetzt ein sehr gutes Gefühl. Ich finde, der ist sehr nett. Benjamin ist lieb, offen. Der bemüht sich. Der möchte eine Frau kennenlernen. Und das ist für mich bis jetzt das Wichtigste. Nur noch zehn Minuten bis zum ersten Date. Die Spannung steigt. Aber warum sucht der Bielefelder überhaupt eine Partnerin in Osteuropa und nicht in Deutschland? Nein, also das wäre mit einer Deutschen nicht gut gegangen. Die sind charakterlich komplett anders als Osteuropäerinnen, die deutschen Frauen. Die stellen extrem hohe Erwartungen an das Flirten und sowas. Und wenn der Mann ein Handicap hat, rutscht er bei denen komplett durch. Die jahrelangen Demütigungen haben Benjamins Selbstvertrauen zerstört. Nervös? Das Treffen soll in der Hotellobby stattfinden. Aber wo ist die Dame? Ach, komm, da ist Benjamin. Ja, hallo Benjamin. Hier ist die, Lena. Schön, dich zu treffen. Hallo, ich freue mich, dich kennenzulernen. Ich habe ein kleines Geschenk für dich. Oh, danke. Etwas Schokolade. Ich bin wirklich so froh, dich kennenzulernen. Ich hoffe, es wird dir mit mir gefallen. Das hoffe ich auch. Partnervermittlerin Natalia hat einen Tisch für Benjamin und die 33-Jährige im Hotelrestaurant reserviert. Möchtest du lieber hier sitzen oder dort? Lieber hier. Benjamin scheint sich auf Anhieb mit Elena wohlzufühlen. Beide sprechen gut Englisch, das erleichtert die Kommunikation. Die Ukrainerin arbeitet als Beraterin in einer Personalvermittlung. Was sind deine Pläne für Weihnachten? Nichts Besonderes. Ich verbringe die Tage mit meiner Familie. Ich fliege über den Jahreswechsel nach Kambodscha. Wirklich? Ja, mit meinen Freunden. Toll. Über Silvester? Hm? Über Silvester? Ja, ja, über Silvester. Wirklich toll. Die Herausforderung für Benjamin ist nicht das Gespräch an sich, sondern das Gespür dafür, was in einer Situation angemessen ist. Dürfte ich dir vielleicht etwas auf meiner Gitarre vorspielen? Ja, gerne. Gut, dann gehe ich jetzt kurz in mein Zimmer und hole sie. Ja, okay. Okay. Ich warte hier. Okay. Ganz sicher? Ja. Ich finde nicht, dass er komisch ist. Merken Sie an seinem Verhalten, dass er Asperger-Autist ist? Nein, vielleicht doch ein bisschen. Mir sind so kleine Gesten bei ihm aufgefallen, die etwas anders sind. Aber ich fand das nicht schlimm. Könnten Sie sich in diesen Mann verlieben? Das weiß ich nicht. Vielleicht. Wer weiß. Ja. 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 Ich suche einen Mann oder einen Seelenverwandten aus dem Ausland, weil ausländische Männer anders sind als die Männer in der Ukraine. Ausländer sind mehr Bedacht darauf, sich weiterzuentwickeln. Können wir uns morgen wiedersehen? Ich hoffe es. Darüber würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich dir auch. Es war echt toll. Schönen Abend noch. Ebenfalls. Bis morgen. Es war wunderbar, dich kennenzulernen. Bye. Bye. Ja, war super gelaufen eigentlich, das Date. Also ich war total zufrieden eigentlich. Man konnte sich mit ihr super unterhalten. Sie war super intelligent, super gebildet. Sie hat auch super Fragen gestellt. Man hatte super Themen, über die man sich unterhalten konnte. Sie hat mich so akzeptiert, wie ich bin. Während Benjamin noch auf Wolke 7 schwebt, geht es mit dem Taxi schon weiter zum nächsten Date. Dass Asperger-Autisten zur großen Liebe fähig sind und in einer glücklichen Partnerschaft leben können, zeigt die Geschichte von Dr. Peter Schmidt und seiner Frau Martina. Die Liebe hat in meinem Leben die große Rolle gespielt, dass sie mir geholfen hat, diese Mauer zu überwinden. Die Mauer zu durchbrechen, also den Weg nach außen zu finden. All das zu bringen, was ich alleine aus mir heraus nicht hätte liefern können. Die Liebe hat mich sozusagen wie so ein scheuer Vogel aus dem inneren Gefängnis befreit. Die Schmidts haben zwei Kinder. Das ganz normale Familienleben mit einem Vater und Ehemann, der an Autismus leidet, funktioniert nur deshalb so gut, weil Ehefrau Martina das Haus verwaltet und ihrem Mann den Rücken frei hält für seine Interessen. Wenn etwas nicht so läuft, wie Peter Schmidt es gewohnt ist, dann erzeugt das bei ihm große Unsicherheit. Mit überraschenden Situationen kann er nur schwer umgehen. Probleme gibt es auch, wenn die beiden in puncto Ordnung aneinander geraten. Ja, wo ist denn jetzt die Schere? Ist sie da drin, da drin oder da drin? Die ist da seit sieben Jahren jetzt drin. Sie war aber früher in meiner Kindheit woanders drin gewesen. Ja, deine Kindheit kann ich nicht nachbauen. Sie war nie neben dem Herd. Sie war immer neben der Arbeitsplatte, wo nicht der Herd ist. Und daher kommt das wahrscheinlich, dass ich die Schere da erwarte, wo sie halt 20 Jahre lang im Leben gelegen hat. Und seitdem wir halt hier wohnen, liegt sie da nicht mehr. Ja, aber den Kompromiss, die Schere da hinzupacken, wo du sie haben möchtest, den kann ich nicht eingehen. Das Zusammenleben mit einem Asperger-Autisten ist eine Herausforderung. Nach 20 Ehejahren weiß Martina genau, wie sie mit ihrem Mann umgehen muss, damit auch er ihre Gefühle versteht. Man muss sehr viel auf der verbalen Schiene Umleitungen fahren. Es geht dieses Ganze, was man normalerweise über den Gesichtsausdruck direkt mitteilt, funktioniert nicht. Wenn ich mich also irgendwie auf eine Art und Weise enttäuscht fühle oder wütend oder sowas, muss ich ihm das mitteilen. Es ist mühsamer, als wenn ich mit anderen Menschen kommuniziere. Zurück in Kiew. Benjamin und seine ukrainische Partnervermittlerin sind unterwegs zur nächsten Verabredung. Ankunft von Viktoria. Die 23-Jährige ist nicht in Flirtstimmung. Auf der Fahrt hierher hat sie einen Unfall gehabt. Hier ist Benjamin, Viktoria. Wie geht es dir? Naja, geht so. Ja, ich habe schon gehört, dass du einen Unfall hattest. Ja. Was ist genau passiert? Ein Wagen der Regierung. Ein Regierungsfahrzeug? Ja, ein Regierungsfahrzeug hat mir die Vorfahrt genommen. Die attraktive Bürokauffrau arbeitet als Abteilungsleiterin bei einem Gasunternehmen in Kiew. Sieht ganz gut aus auf jeden Fall. Da habe ich so nicht mitgerechnet. Zum Beispiel ist es mich so gar nicht gewohnt, dass sich Frauen irgendwie für mich großartig aufsteilen. Warum sucht eine so wunderschöne Frau wie du einen Freund im Ausland? Du könntest doch bestimmt auch hier in der Ukraine einen Mann finden. Naja, es ist auch kein Problem. Es gibt ja viele Männer, die sich für mich interessieren. Aber ich finde die ukrainischen Männer etwas komisch. Komisch. Ich reise regelmäßig mit meinen Eltern ins Ausland und mir gefällt Europa besonders gut. Ich würde gerne dort hinziehen. Außerdem mag ich das politische System hier nicht. Die Wirtschaft ist schlecht. Vieles liegt im Argen. Ah, du meinst die Korruption. Ja. Und sag mal, warum bist du denn eigentlich nach Kiew gekommen? Wen suchst du denn? Ich suche einfach ein nettes Mädchen für eine ernsthafte Beziehung. Ich bin einsam und ich habe gehört, dass Ukrainerinnen einen guten Charakter haben. In Deutschland haben Frauen viel zu hohe Erwartungen an Männer. Und wenn du ein Handicap hast wie ich, dann bist du sowieso unten durch. Partnervermittlerin Natalia beobachtet etwas skeptisch das Treffen der beiden. Sie hat schon viele glückliche Paare zusammengebracht. Auch dieses Mal. Warum haben Sie geglaubt, dass das vielleicht passt zwischen den beiden? Die Frau habe ich nicht vom Aussehen ausgesucht. Das sagen wir so auch. Aber eher vom Charakter. Und ich finde, Viktorie ist eine ganz liebevolle Frau. Die kommt aus einem kleinen Städtchen. Und man weiß nicht, wie das ausgeht. Nach 45 Minuten ist das Date zu Ende. Es war nett mit dir. Fand ich auch. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt. Klar. Und wir schreiben uns, wenn ich wieder in Deutschland bin. Schönen Abend noch. Wünsche ich dir auch. Ich möchte ein unbeschwertes Leben führen und einfach geliebt werden. Und dafür brauche ich einen Mann. Ein unbeschwertes Leben mit Benjamin? Das könnte eher schwierig werden. Er hat weder viel Geld, noch große Erfahrung in Sachen Liebe. Die einzige Methode, die ich so kann, also quasi so mit Frauen reden und probieren, eine Frau von mir zu überzeugen, dass ich der richtige Mann bin, halt auf sachlicher und kommunikativer Ebene, dass ich dann halt auch intellektuell punkten kann, weil so Späßchen machen oder flirten oder Ironie und Sarkasmus anwenden, das kann ich halt einfach nicht. Das liegt halt an meinem Asperger-Syndrom und das ist halt nun mal so. Am nächsten Tag. Zeit für etwas Sightseeing in Kiew. Und eine erste Bilanz nach den Dates mit Elena und Viktoria. Partnervermittlerin Natalia macht sich Sorgen, dass sie etwas sonderbarer Kunde die Tragweite seines Vorhabens nicht wirklich versteht. Die Frau kommt, die verlässt ihre Heimat. Die wird natürlich Heimweh haben und das erste Jahr ist immer so das Schwierigste. Das glaube ich. Die wird vielleicht nach Hause hin und her fliegen, vielleicht ein paar Mal im Jahr das erste Jahr. Man kann auch nicht erwarten, dass die Frau sofort arbeiten geht. Nein, das tue ich auch nicht. Nein, auf gar keinen Fall. Das ist schon so eine sehr verantwortliche Sache, dass du ein bisschen auch daran denkst, ob du diese Verantwortung übernehmen kannst. Das heißt auch eigentlich für alle Schwierigkeiten, Komplikationen bereit zu sein, unterstützen, damit die Frau merkt, der ist stark genug. Ich kann mich auf den Weg, ich kann mich auf ihn verlassen können. Ja, doch, das traue ich mir durchaus zu. So aufrichtig und verständlich Benjamins Wunsch nach einer Partnerin auch ist, er kann nicht für sich alleine sorgen. Wie soll er das dann für einen anderen Menschen schaffen? Auf die erste Euphorie folgt die Ernüchterung. Aber nun steht das letzte Date an. Lena eilt dabei. Die 32-Jährige ist Buchhalterin. So, ihr lernt noch, Benjamins. Schön, dich kennenzulernen. Freut mich auch. Bist du gut durchgekommen? Es hat ja stark geregnet. Sind deine Haare nass geworden? Lena versteht ihn nicht. Danke. Die unterschiedlichen Englischkenntnisse sind das geringere Problem. Viel schwerwiegender ist, dass Benjamin keine Kinder haben möchte und sich hat sterilisieren lassen. Hast du schon einen Freund gehabt? Wir haben uns getrennt. Ja, genau. Und was war der Grund für eure Trennung? Hat dir sein Charakter nicht gefallen? Weil er keine Familie gründen wollte. Aber ich schon. Hast du mitbekommen, dass ich keine Kinder haben möchte? Ja. Ist das ein Problem für dich? Na ja. So, so, so. Ich habe ihnen eben gesagt, die Frauen sind benachrichtigt, die wissen, dass er kein Kind haben möchte. Aber ich habe gehofft, wenn die Frau ihn sympathisch findet, danach später kann man natürlich sagen, ja leider können wir kein Kind haben. Ja, das ist so. Aber wir sind zusammen glücklich und wir werden andere Sachen des Lebens genießen. Benjamin versucht wieder das Thema auf den Tisch zu bringen, was alles kaputt macht. Er bringt die Frau in die Sackkasse. Ich habe Probleme, Babys anzufassen, auch Kleinkinder. Und von ihnen berührt zu werden. Verstehst du? Ja. Das ist typisch für Autisten. Ich kann nichts dafür. Ich kann auch nichts dagegen tun. Benjamins schonungslose Ehrlichkeit schrägt ab. Okay, danke. Dank dir auch. Danke fürs Kommen und schönen Tag noch. Have a nice day. Okay. Okay, bye. 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 Ciao. Ciao. Nach nur einer halben Stunde ist das Treffen beendet. Aber Benjamins Favoritin ist ohnehin Elena. Sie will er unbedingt noch einmal sehen. Hallo Elena, wie geht es dir? Wird das vor seiner Heimreise klappen? Ein Park in Kiew. In wenigen Stunden fliegt Benjamin Uffmann zurück nach Deutschland. Zuvor möchte er Elena unbedingt noch einmal treffen. Hallo Elena, wie geht es dir? Mir geht es gut. Ich habe gehört, du hast Fieber. Ja, ich höre, dass deine Nase zu ist. Ich habe dir ja gesagt, wenn es dir nicht gut geht, dann schreiben wir uns per E-Mail. Und ich rufe dich aus Deutschland an. Und vielleicht können wir uns ja dann wiedersehen. Ich will auf alle Fälle in Kontakt mit dir bleiben. Es war so schön mit dir gestern. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut. Sie hat gesagt, ja, ich will gerne in Kontakt mit dir bleiben. Und das hört sich schon mal ganz gut an. Schön. Ja. Frohe. Ja. Habe ich mir schon gedacht. Steuert Benjamin auf ein Happy End mit Elena zu? Für den 34-jährigen Autisten wäre das der Wendepunkt in seinem Leben. Einem Leben, das von so vielen Enttäuschungen mit Frauen geprägt ist. Es wäre ihm zu wünschen. Und das von so vielen Enttäuschungen mit Frauen prüfen. Ja. Ja.